ja wo schmeißen wir überhaupt das glas mit rein ja machen wir hier gut erst mal wieder alles lernen ich mag das nicht wenn immer so viel in meiner kiste ist oder in meinem inventar auch pilz 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 und so weiter das ist ja essen und ja wo essen sollte ich mir eigentlich auch mal was mitnehmen geben nur die braten fisch mit fackeln brauchen auch bald wieder da kann man eigentlich gleich mal wieder welche machen genau das mache ich jetzt gleich dann gut der auch noch da drin gut jetzt wollte ich mal kurz etwas testen die schaut nicht die haben mehr zu wir machen uns glaube ich damit so brauchen wir schon einige so ist ausschaut müssen später noch mal los und koppelstern zu holen ich glaube nämlich dass es damit dann relativ nett aussieht ja und das muss ich erst mal hier hoch kommen das habe ich geschickt eingefädelt naja das geht schon wenn wir dann einmal wieder weg machen so gut dann genau das ist wieder typisch seitdem dass man die drehen kann muss natürlich dahin setzen wo sie eigentlich hin sollen so dann ein bisschen rüber und mal die umschalttaste drücken so dann 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 und eins lassen wir nach außen gehen dann dann darf ich hab hallo was denn mit ihr los spinne ja spinni oder was so so und so hallo was willst du hallo was willst du hä die dürfte auch jetzt noch mal gar nicht mal so und dann und dann und dann ab dass da lässt sich ein eck machen so oder haben wir das erste na ja genau stopp da wollte ich doch gleich noch außen so hinsetzen dass es eins nach außen geht wieder verkehrt so so machen gut dann haben wir eins hier und machen wir gleich so 1 2 darunter hallo da ist vorbei ja da ist vorbei dann kann ich hier gleich mal hier noch die setzen gut ja komm warum gehst du jetzt nicht verdammt nein das wird verkehrt wollen wir das doch nicht warum geht es jetzt nicht dass wir denn hier wird er weg so das kriegen wir schon noch hin was anders machen müssen so toll super gut dann so jetzt kann ich natürlich erstmal schauen dass ich das so hinbekommen wie ich es gern hätte ja 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 so gut so jetzt brauchen wir das und das und warum macht das jetzt so ein eck soll oder nicht so gut dann eins hoch so zum wahnsinnig werden so und so so jetzt ist natürlich die frage ob das so wird wie ich dann gern hätte so auf der anderen seite müssen wir dann auch noch eins rein machen gut 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 ah so 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 und das scheint dann echt irgendwie blöd auszusehen aber ich glaube anders bekommen wenn wir das ist momentan auch nicht hin außer so 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 und jetzt haben wir keine mehr so wird eh schon wieder dunkel so wie es ausschaut man 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 so 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 was ist denn mit der spinne mach ja nicht mein feld kaputt gäh jojo das ist jetzt eh dunkel das heißt sie wird dann bald aggro das heißt wenn ich sie jetzt ja doch geht 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 ist ja super gut jetzt regt mich die spinne da draußen langsam auf und deswegen werden wir sehen hallo so 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 das war's sie hatte das gleiche vor wie ich mit ihr so so genau steine haben wir jetzt noch copystones unten mal gleich gucken ja wir haben noch welche die müssten ja reichen so viel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so dann schauen wir mal das müsste ja jetzt zu genüge sein müssen wir nur noch hier zu machen und das machen wir jetzt damit so gut dann machen wir hier noch eins dann müssen wir jetzt das weg machen man so und und damit eins hin machen so super verbindet sich ja dann haben sie sich mal etwas einfallen lassen ok so jetzt muss ich nur schauen dass ich jetzt hier noch die Eckdinger hinbekommen so so und so und jetzt hängig äh man 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 so gut ja es schaut doch schon mal nicht schlecht aus gut es ist ein bisschen klein aber so für quasi einen nicht perfekten nicht schlecht so und dann muss ich hier jetzt noch etwas machen hallo das war jetzt die falsche taste gut und dann schon bitte die falsche ähm nein ja komm ich würde das mal weghauen und dann dort hin machen geht nicht ich würde das mal weghauen warum gehst du nicht ah irgendwie stelle ich mich jetzt grad dumm an so gut ja dann das ist erstmal weg jetzt müssen wir uns überlegen wie machen wir jetzt innen das zu und was wir dann noch brauchen sind so halbe weil wir müssen ja außen dann auch noch äh eine reihe hin machen dass es dann nicht so doof aussieht finde jetzt ich ähm ja aber jetzt erstmal schauen wir wie wir die Zwischenräume zu machen und zwar denke ich mir habe ich da eine kleine Idee wo vielleicht ganz gut ausschauen könnte aber wie gesagt müssen erstmal hier noch mal etwas hin machen und zwar brauchen wir die halben hier so so und das hier weg so dann ach klar so genau genau und hier hinten sitzt man eine Fackel rein genau so und den Zwischenraum habe ich mir überlegt machen wir eventuell so zu und hier auch ach da müssen wir auch noch auch zu